So liebe Freunde, ich freue mich jetzt hier den Hakan Sitak begrüßen zu dürfen aus Köln. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit lang über Facebook von diversen Postings und jetzt klappt es endlich mal, dass wir uns persönlich hier jetzt unterhalten können und ich würde, wie wir das ja gerne machen bei Investment Angels, gerne die Unternehmerpersönlichkeit vorstellen und das, was du jetzt aktuell machst. Das sind nämlich sehr spannende Sachen, muss ich sagen und ich denke, dass das auch eine ganze Menge Leute bei uns in der Community interessiert. Erzähl mal, wo kommst du her, was hast du ursprünglich gemacht und wie bist du zu Immobilien gekommen und was ist dein Schwerpunkt? Ja, vorab vielen Dank, lieber Juli, für das Interview, dass ich dann eben auch bei dir auf dem Kanal ein Interview mitführen darf. Ja, Hakan Sitak, bin seit 1990 in der Bau- und Immobilienwirtschaft dann eben auch tätig. Ganz normal angefangen mit einer Ausbildung zum Industriezimmer, auch ein paar Jahre auf den Baustellen dann eben auch gearbeitet, bis ich dann gemerkt habe, ich möchte nicht auf Baustellen versorgen. Und dann war der Wunsch da, Architektur zu studieren und dann habe ich Architektur studiert in Düsseldorf. Also von der Pike auf, richtig? Von der Pike auf, genau. Und dann eine Weile als Architekt dann eben auch gearbeitet. Irgendwann war mir das auch nicht genug, weil ich dann die wirtschaftlichen Aspekte mir, dass dann bei der Architektur dann eben auch gefehlt hatten. Da habe ich noch Immobilienwirtschaft studiert in Oldenburg und habe da einen Masterabschluss dann eben auch gemacht. Ja, und seit zwölf Jahren bin ich dann eben auch selbstständiger Makler und mit CETAC Immobilien, meinem eigenen Makler-Internehmen, in Köln seit elf Jahren und kerngeschäftlichster Immobilien verkaufe. Okay. Und dabei in S&D Wohnimmobilien? Machst du auch Gewerbeimmobilien? Gewerbeimmobilien machen wir nicht, sondern Wohnimmobilien, also für den Eigennutz, die Eigentumswohnung, das Einfamilienhaus oder für Kapitananlage Immobilien, für den kleineren Anleger die vermietete Eigentumswohnung oder für größere Kapitananleger eben auch das Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohneinheiten. Genau. Und nun bist du aber einer der wenigen Makler, die auch angefangen haben, ein eigenes Portfolio aufzubauen. Das ist etwas, was ich total faszinierend finde. Es gibt eine ganze Menge Makler, die ich kenne, die gar keine eigenen, außer in Wohnungen, wo sie drin wohnen oder in Häusern, aber keine eigenen Immobilien haben, in die sie selbst investieren. Das finde ich merkwürdig irgendwo. Kannst du dir das erklären, woran das liegen könnte? Ja, in der Tat ist es wirklich merkwürdig. Das hat mich eben auch gewundert, bis ich selber erstmal auf den Gedanken gekommen bin, Immobilien zu investieren, in Immobilien zu investieren. Da musste ich eben auch selber dazu lernen. Und dann war ein Gedankenstoß, ich habe anderen Menschen dazu verholfen, ihr Vermögen weiter auszubauen, vielleicht dem einen oder anderen eben auch Reichtum und dann immer auch auszubauen. Und irgendwann hat es dann bei mir selber mal einen Klick gemacht und dann war ich auf so einem Fortbildungsseminar für Immobilien, angehende Immobilieninvestoren. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und dann gesagt, okay, das musst du jetzt selber, langsam für dich selber auch mal in die Tatsache Siehst du, das ist ja ein ganz normaler Landprozess und dann würde ich mir bei vielen anderen eigentlich auch wünschen oder vorstellen, dass das passiert. Aber bei manchen passiert das nie. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil der Makel ist ja im Kerngeschäft, jeden Tag hat er mit Immobilien zu tun. Er kennt eben auch die Problematiken, die auf dem Verkauf oder Vermietung auftreten können. Vielleicht ist es die Angst, weil, dass das abschreckend ist, dass es dadurch vielleicht... Du kommst ja dazu, dass du halt auch Bauwesen und Architektur studiert hast. Du hast ja auch noch ein bisschen mehr Ahnung davon. Du kannst ja die Dinge, wenn ich beispielsweise in ein Haus gehe und sehe irgendwo, dass was feucht ist oder das ein Setzriss ist, dann kann ich das auch einschätzen. Jakob Mehr hat es ja eben auch so schön auf der Bühne gesagt, da hat er ein Haus gekauft und dann kam dann die Familie und dann so, um Gottes Willen, die Bude bricht zusammen, verkauft es schnell, hat er gemacht, hat er 20.000 Euro Gewinn gemacht, statt 300.000, 400.000, die hätte machen können, weil er darauf gehört hat. Also deswegen sollte man immer auch Fachleute hinzuziehen, wenn man sich unsicher ist, auf jeden Fall. Und selbst ich als Fachmann sozusagen, wenn ich mir unsicher bin, ob ein Dachgeschoss tatsächlich der Wohnfläche entspricht oder ob die Dachgarbe, die Fluchtwege etc., dann hole ich mir trotzdem immer einen Fachmann. Auch wenn man denkt, ich bin Architekt oder so, dann bezahle ich das lieber und gehe auf eine Maschine. Sehr gut. Ich sage immer, wer glaubt, alles zu wissen, ist dumm. Also das ist meine absolute Überzeugung. Ich bin jetzt fast 30 Jahre in einem Geschäft tätig und ich lerne immer dazu. Auch von Jungen und ich bin immer offen, weil ich sage immer, das Leben ist Lernen, Lernen ist Leben. Und deswegen muss man auch wirklich bereit sein, immer auch mit neuen Dingen sich zu beschäftigen. Definitiv. Jeden Tag lernt man auch. Nun gibst du ja auch dein Wissen weiter. Du hast ja eine Akademie, glaube ich, gegründet. Genau. Erzähl mal da sowas vor. Der Immer-Coach, also das hat dann mit Buchprojekten angefangen, wie man ohne Makler seine eigene Immobilie verkauft oder vermietet. Ich wollte natürlich... Dann nimmst du dann nicht deinen eigenen Job weg. Nein, ich wollte natürlich den Expertenstatus dann dadurch aufbauen. Und meine Reichweite als der Immer-Coach oder mit Zita-Immobilien dann eben auch aufbauen und wollte eine neutrale Person da zwischenscheiden. Das war der Immer-Coach. Das hat dann mit Büchern angefangen und dann eben auch mit der Akademie, wo ich insgesamt zwei Jahre dann gearbeitet habe. Und das Wissen gebe ich natürlich weiter. Und ich gebe wirklich auch jedes Handwerkzeug den privaten Immobilieneigentümern an die Hand. Die meisten merken allerdings, hey, das ist doch mehr ein bisschen als nur Schlüssel umzudrehen, die Tür aufzumachen. Vielleicht brauche ich doch einen Profi. Und der Immer-Coach, der hat mir gute Tipps gegeben. Vielleicht nehme ich den als Makler. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja viele Makler in meinem Leben kennengelernt und bin mit einigen befreundet. Und ich sage immer, der Makler, der seinen Job gut macht, der einen Exposé gut zusammenstellt, das alles gut aufbereitet. Also, ich habe jetzt gerade mit einer Maklerin zu tun, wo ich ein 14-Familienhaus in der Prüfung habe, die wirklich tolle Arbeit gemacht hat. Also, ein richtig perfektes Exposé. So Leute verdienen ihr Geld. Aber ich habe auch schon so Feierabend-Makler kennengelernt, die wollen wir dann ein Dachgeschoss als ausbaufähig anbieten. Also, wenn ich das vielleicht zwei Meter anhebe, kann ich das ausbauen. Dann muss du so schräg durch die Tür laufen. Also, es gibt wirklich da also himmelweite Unterschiede. Und deswegen finde ich es immer schlimm, wenn Leute so pauschales Makler-Bashing betreiben, weil ein Makler, der wirklich fundiert, recherchiert, sein Exposé zusammenstellt, der hat sein Geld auch verdient. Und die Leute, die immer denken, ja schließt auf und kassiert einen Haufen Geld. Also, dann mach es doch mal. Ja, dann guck mal, da kommen 20, 30 Leute, jeder was rumzumäkeln. Zum Schluss kommt gar nichts bei rum. Du hast nur Kosten gehabt. Naja. Im schlimmsten Fall sogar ein Schadenselstastklage. Ja, so ist alles möglich. Also, seid ein bisschen lieb mit euren Maklern. Sagt denen auch offen, wenn es nicht gut ist. Also, ich habe auch jemanden so gesagt, hört dazu, sie haben mir einen Job verfehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in meinem Leben bestimmt schon 100 Makler kennengelernt. Ich habe über 700, 800 Exposés gesichtet und vielleicht 300 Häuser angeguckt. Und das, was sie da gebracht haben, ist eine absolute Nullnummer gewesen. Muss man auch sagen. Und wenn jemand gut macht, dann sage ich, hey, klasse gemacht. Toll. Hakan, wer weitere Informationen haben will, wir haben unten einen Link gemacht zu deiner Akademie. Und abschließend noch eine Frage. Was würdest du jetzt jemandem, der jetzt neu einsteigen will? Wir haben ja viele junge Investoren. Ich meine, wir sind ja schon etwas fortgeschritten. Ich noch mehr wie du im Alter und können sagen, naja, wir haben ja schon einiges erlebt. Aber wenn jetzt jemand neu anfängt und er rennt jetzt auf die Stammtische und sagt, Mensch, ich würde ja gerne, aber ich kriege nichts. Was sagst du denn? Okay. Also, im Prinzip ist erstmal das Wissen, sich anzuhalten, das A und O. Dass man eben auch weiß, was man mit Immobilien sich anguckt. Haben wir schon mehrfach gehabt. Ja. Dass man erstmal mit der Materie sich mindestens sechs Monate bis ein Jahr dann auch auseinandersetzt. Richtig. Dann eben auch diese Stammtische besucht, diese Kongresse wie Immopreneur zum Beispiel besucht. Ja. Den Austausch zu Gleichgesinnten, um dann eben auch mehr Erfahrungswerte. Und dann, der nächste Schritt ist erstmal Immobilien zu besichtigen. Egal, ob du kaufen willst oder nicht. Genau. Exakt. Damit du ein bisschen mehr von der Materie ein Gefühl dann auch dafür bekommst. Exakt. Das Feeling muss ja einfach kommen. Deswegen ruhig auch mal Sachen angucken, wo ihr vielleicht gar nicht sagt, hey, das kann ich mir noch gar nicht leisten oder will ich vielleicht auch einfach mal angucken. Genau. Weil ich kann jetzt sagen, losziehen, die erste Immobilie, die ich sehe und die gefällt mir, ja, die kaufe ich. Genau. Da kannst du einen riesen Fehler machen. Ja. Und wenn man finanziell noch nicht so gut aufgestellt ist, dann würde ich eben auch empfehlen, Flix & Flip zum Beispiel ist ja in aller Munde, der gewerbliche Immobilienhandel. Da, wenn sich die Chance auftritt, man hat eine vernünftige Immobilie, man kann die zum guten Kaufpreis dann auch kaufen und die aufwerten, kann man eben auch relativ in einem guten Zeitraum von drei bis sechs Monaten, ja, mit einem Immobilienhandel auch Geld verdienen. Aber man kann sich damit Eigenkapital dann eben auch aufbauen. Für ein Buy & Hold Projekt. Für ein Buy & Hold Projekt oder für das nächste Flexion Projekt. Ja, korrekt. So, dass man sich innerhalb kürzer Zeit auch ein gewisses Stammkapital aufbauen kann und damit das Geld dann irgendwann passiv für sich arbeiten kann. Hältst du persönlich deine Immobilien im Privatbesitz oder hast du eine Vermögensverwaltung mit GmbH oder? Also privat, da wo ich selber drin wohne und Buy & Hold, privat. Ja. Und wo ich dann eben auch Fix & Flip mache. Vorher hatte ich eine Gesellschaftsform. Ja. Und mittlerweile, ich habe ja mit meinem Maklerunternehmen die ZITAN Immobilien, EK, eigentlich K&R Kaufmann, das Fix & Flip gewerblich über das Unternehmen. Und privat, alles, was man lang im Bestand hält, ist komplett privat. Wäre auch ziemlich bescheuert, weil das wirklich Charmante an diesem Buy & Hold, das sehe ich jetzt gerade, weil ich einige Objekte ja schon viele Jahre habe und jetzt das eine oder andere innerhalb der Familie verkaufe. Also wir behalten die Renditeobjekte, verkaufen sie gründerwertsteuerfrei, ohne Makler, wo gehören sie auch, zahlen gerade mal 1,2 Prozent die Umschreibungsgebühr. Ist sehr charmant. Wird steuerlich auf meinen Sohn verlagert. Also auch eine interessante Sache. Super. Aber es gibt da, das ist wirklich das Tolle, diese nach zehn Jahren zu sagen, ich kann jetzt eine Million steuerfrei realisieren. Und das ist halt bei Fix & Flip vielleicht möglich. Man muss halt immer alles preis steuern. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine tolle Gelegenheit, dadurch erstmal einen Stock aufzubauen. Ja. So kurzfristig dann eben auch sein Kapital dann noch durchzunehmen. Natürlich darf man sich keinen Mist eingekauft haben. Exakt. Und da sind wir wieder bei dem, womit wir angefangen haben, dass man eben halt eine gute Expertise auch braucht und dann im Zweifelsfall auch Leute, das an das Vertrauens hinzuzieht. Genau. Aber das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Und wir werden vielleicht bei Gelegenheit mal dann noch ein weiteres Video mal machen über diese Sache. Gern. War toll. Ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht. Wir freuen uns euch das nächste Mal wieder zu sehen. Deswegen abonniert uns, dass ihr auch nichts verpasst. Also wir haben da noch einige richtig interessante Sachen in der Pipeline. Und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wie immer auch Kommentare und Anregungen, die wir gerne aufgreifen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bye, bye. Ciao.